Gucken wir mal, ob die Rechnung zeigt, wie sie mit dem Drachen schon spielen kann. Er hat ihn an die Hand gebunden, ja. Da fahr ich jetzt mal mit dem Drachen spazieren. Jetzt muss er an den Rädern stehen. Ups, hat er sich wieder umgedeckt. Jetzt kommt er wieder auf den Schulten. Oh, jetzt kommt er wieder auf den Schulten. Wo ist denn jetzt der Drache hin? Ach. Tja. 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 Tja, da fährt der Drachen mit Iris. Tja. 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 Ja, hilme.